Heute sind wir in diesem Gebäude. Scheiß heiß heute. Ja, servus und hallo zu Einfach Markus. Wir sind heute im Militärhistorischen Museum in Dresden. Und natürlich als Rotkreuzler, jetzt muss da natürlich standesgemäß Tatütata kommen. Aber das ist mir gerade egal, weil hinter mir haben wir ja einen schönen Unimog. Und ja, der kann dieses Signal auch machen. Das passt ja eigentlich schlecht. Aber wir wollen heute mal schauen, was wir hier noch so alles entdecken. Also viel Spaß bei diesem Vlog. Darf natürlich auch nicht fehlen. Eine wunderschöne Belle. Leider nicht mehr so aktiv gerade unterwegs, weil sie ausgemuschert wird. Aber den einen oder anderen dieser schönen Hubschrauber sieht man noch am Himmel. Wer weiß noch, wie lange. Aber hier in Dresden steht noch eine Maschine im Hof. Und ja, wie lange. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020